meine güte die buka ja irgendwo bin wir jetzt oben wo wir eben ja keine ahnung also diesen garten stockpark höher gelaufen glaube ich diese narren jetzt echt viel leuchtbewuchs so wo sind wir ja ich habe keine ahnung hier ist auf jeden fall südlich in refugium der flamme ich würde das mal als wegpunkt setzen und da mal hingehen bewegt werde ich ihnen da hinten kalt machen aber mir weg ist bei mir weg war meine ich natürlich okay ja hier ist noch ein bisschen erstmal ausläufer das ist nicht schlimm bei ihnen agieren dass diese komische steuern ja kennst du schon sehr gut hier ist ein grüner grüner habe ich doch nein dass mich in ruhe den zahlen nahe wenn ich auch alle mehr nur ein mann der legt sich mit uns an richtig so ist man immer gucken wir sagen ein früchel hier war ein früchel da vorne ist eine eine wunderschöne jedenfalls hier link rechter seite ein eine von jugend der flamme genau dann siehst du es gab gestellt für die jägerin fällt mir gerade ein dafür kann man nicht jeder herstellen oder da damit kann man jeder herstellen ja wohl mal gucken wo wir das ding finden das war noch hier irgendwo glaube ich also was soll ich hier gerade ab und würde irgendwas habe ich hier gerade abbekommen ich habe gerade energie verloren ja immer zur flamme sehr seltsam ist hier ist mir erst mal hier war ein segels zahntiger standort unten okay ich komme nur zur flamme indem ich runter g salva das schwingen sehr gut ich habe selber und nach gott hier gehe ich nicht rein das ist mir erst mal wenn die flamme gut und zwar unten und ja richtig guck mal was machten da oben der tisch er ist versucht wie wir ja das stimmt ich gehe nach oben ja ach hier war ich auch schon ach sie ist diese komische brücke da bin ich nicht alleine rüber gegangen ja auch eine brücke sie sich jetzt erst da zu diesem ort das geschehen genau können wir gleich mal hingehen jetzt habe ich gucken was hier oben ist ich muss gucken was hier oben ist ich werde sonst nicht schlafen können abend ich muss es wissen hier ist nichts doch hier ist eine mir erstmal wurzel ja sehen sie es hat sich gelöhnt ja auf jeden fall langsam ich hier energie ich bin auch hier sehr gut da hinten sind typen ja auch die sehen nett aus ja 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 achtung ob acht ja das passt ja gut fähigkeitspunkt habe ich da nur ein netzer fügt da ok mit jungen ja ja eine farm bestimmt ist darum was zu holen willst du das noch ich glaube nicht wirklich ok wenn er jetzt keine quest ist also lohnt sich das ich habe ich nicht da keine quest gut was ist das hier eigentlich kannst du hier mal rausschießen wo sind sie da so ich hinschaue so ich habe grünen kaum ging auch gerne gesehen gerade gesehen nein da ist nichts ok ob keine holzwelle mehr braucht es die fossilen knochenpfeile halt ab zehn holzweiler erhalten und war man kann ja gucken was das hier ist ja minzpilzfleisch hier haben wir das zeugs ja alles klar das ist für die rüstung ich haben will also nieder damit das sind die minzpilze magierhose ja sie ist da haben wir das hier ist ja schön also so sehe ich dinge aus naja das ist halt eben einfach mal losgehen und gucken was da ist noch hinter der ecke ja ja sehr geil ok ja dann können wir die brücke jetzt mal nehmen ja das wäre cool weil ich glaube hier vorne am anfang der brücke war es auch schon so schwer warum auch immer dass ich mir so dachte da ist jetzt mal nicht hin alles klar diesen keller mal gucken rein schleichen auch hier ist gar nichts doch hier geht es um die ecke hier ist eine truhe ich glaube wir wissen einfach wie gut wir sind das letztes mal hier in diesem jahrs mal da war dieser rote pilz krebs keine ahnung und da wäre ich dann hier so hoch gerannt und dann machen da unten drin denn in diesem loch so ok ok das pilz die ja ja die dinger gerade genau und dann hat er kein bock mehr das verstehe ich gut das verstehe ich sehr gut weil hier kommen jetzt auch noch ein paar gegner bist du mich hier zu beschließen alter ist mit dir so ein bisschen spinnen der typ du bist ein bisschen da oben steht jemand ja ich sehe ihn und er war für uns so ein problem das heißt es so da ist ein külter da war ein külter ich komme noch ein külter kann ich hier was in die luft springen bestimmt muss sie mal hier ohne doch nicht doch das war ich das ist ein gegner halt dann die nur rüstung ich mache kaum schaden bei den war mit meinen waffen der kumpel der kumpel hast du damit erreicht und der angriff ist bist du tot wir sind zu zweit hast du nicht gesehen zu zweit das sendet hier das ist sehr gut eine truhe ich schenke ihm mal kurz was ja auch nein und nein oh gott ja wir sollten uns erst um die gegend dass ich auch so mann du musst auch nicht also manche boxen von den holzdingern sind echt scheiße also wirklich das ist ja noch in diesen boss was das denn und ich habe keine fehler hat dann was machst du denn mann macht doch mal dämliche troller hier so hier bräuchte ich echt keine ich habe ja auch so gut wie keine mehr ich will mich hier erst mal um die hunden uns zu kümmern ja ich versuche mal mein glück hier oben mit der holen auch da unten typ man also du ich noch ein sack kumpel da unten wirklich so wie es war jetzt nachher dann auch noch was zum lesen ja die gerber station war hier das ist gut das ist sehr gut so ich komme was erledigt die alte wo ist denn die jetzt ja ich muss ja noch achte diese und dann hier direkt genau unter dir ach gott ok weil da waren noch hunde und da ist noch ein hund mein was machst du denn sonst zielen und nicht klettern also diese alte ist einfach echt nervig so da war noch ein hund kommen wir da dann 200 ich habe doch gar nahrten hier ich habe noch was anderes sogar als granaten warte mal kurz aber noch diese dinger runter gefallen bin ich ja ich auch nein oh gott oh gott oh gott oh gott das war es ich bin tot ich versuche es dich zu retten lassen sich lieber sich selbst und rennen davon ich bin es nicht wert wo ein hund ist verwirrt der ist nämlich in der grube gefangen in der kuhle der kommt da nicht mehr raus das ist schon mal gut den brauchst du dich auch nicht zu kümmern ich ziehe ein haufen nur hätte hinter mir her ja und ich habe kaum noch feile um alle zu besiegen wenn ich dann am leben wäre scheiße oh kacke ich muss mal kurz e drücken nein ich habe keine energie mehr dann laufen sie oh gott laufen sie oh nein das kommt es nicht scheiße scheiße na gut dann müssen wir also das ist hart alter krass das ist wirklich anders auf jeden fall aber warten sie mal ich müsste die gerberei ne diese gerberdings noch ja die habe ich noch also wir könnten auch erstmal die quest abgeben ich würde lieber erstmal mein zeugs holen bevor es die spawnt ah ok ok naja ich weiß es ist riskant die aufgabe aber ich würde das wirklich gerne machen ich habe hier ein paar handschuhe für sie aber mit 20 physischen fagen und so das ist gut schenken hier hier weil ich habe genau die gleichen ich habe meine waffen sind auch nicht mehr die besten ja ich will wirklich gern bloß das zeugs schnappen und dann gehen nach hause ok ok er drückt ist weit weg da hinten sind wir auch gott er das schon ein stück ja krass wie viel auf immer noch an gegnern kam ja naja ich bin eine andere seite rum daran weil ich der alten entgegen wollte und da waren noch richtig viele und die habe ich natürlich gepüllt naja klar ok da segeln sie mir entgegen ja hier bin ich und da hatte ich keine energie mehr hat sich auch kaum aufgebaut krasse also es zu sammeln weil ich habe jetzt nämlich ja 51 pfeile 10 holzpfeile und 41 fossile pfeile also das ist echt mangelware gerade hier sind erste auch hier gibt es wieder das zeugs naja einmal pro pflanze bei mir so nicht unbedingt hier und zweimal sehr schön ja sagen wir ruhig erst ich werde mal hier die komischen pflanzen erstmal niederreißen ja was ist eigentlich das hier was bringt das denn für holzart ach nee auch wieder auch die bringen das zeugs und zwar nicht wenig cool das ist natürlich sehr geil minzpilzfleisch ja sehr schön guck mal hier ist auch eine hülle oder war das die ne ich weiß nicht nicht glaubt die war ein stück weiter weg die hülle oder ne ja das war die ja ok ja 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 ich muss nicht mal gucken ob sie nicht irgendwelche tränke gibt oder so weil die ist so schnell hier weg wenn sie immer ein stück rennst das ist noch gar nicht gemerkt wenn ich jetzt renne geht auf jeden fall nicht mehr so schnell hoch doch echt also bei mir ist kein unterschied zu sehen möchte ich sagen ich habe volle gefühle geht nicht mehr so cool okay ohnehin jetzt haben wir verlaufen wo stecken sie ich sehe sie nicht mehr wir müssen nach oben ich bin doch da sind sie doch nach oben ist die richtung passt doch da geht es nur nach unten gerade nach unten nach unten wir wollen ja da wollen wir nicht hin wieso würden das hier so tun möchte die nacht bricht herein oder wir müssen dorthin hier ist ein typ bohrzucker ist das groß ich war mir die pfeile auf jetzt ich werde auch kämpfen so genau hier müssen wir lang die müssen nämlich hier oben rüber ja und er ist das echt ohne heile die brosse irgendwie doch so oft ja auf jeden fall ich habe echt nicht dran gedacht ich habe dachte es reicht dass sie im fein hatte aber das ist wirklich eng ich musste schon jahren ab produzieren die ganze guten falschen fast weg alle wieder einsammeln kann ist schade ja also selbst geben vor 13 jahren wollte das schon hier bei robin hood und so da kannst du es auch machen ja das ist wahrscheinlich so gewollt dass man die nicht unbedingt wiederholen kann schade eigentlich aber eigentlich echt blöd war ja wenn ich die verschieße irgendwo anders hin dann verstehe ich dass ich die nicht mehr finde oder so ja ja klar aber wenn die im gegner stecken oder so ja das verstehe ich auch nicht ganz ja vielleicht sollte man hier vorne ein feuer hinbauen und war ja weiß nicht ob man uns dort frei haben weil hier sind steine absteine noch genug dabei sogar wir hatten noch einen frei sogar wir haben können aber nicht wir haben sieben von sieben altären so wir müssen jetzt hier durch ich folge erden weiß nicht kann ich jetzt feile herstellen und wenn es nur oder holz fähler sind es mir egal ja auch die bringen ja schon mal was also ganz ohne das echt blöd also gehst du diese großen bäume hier kriegst du nur einmal ist daraus das ist echt schlecht ich habe jetzt erst habe ich drei leider ja doch ich stell ein paar ja ja macht das das hilft immer ja also ich habe 60 ich habe jetzt 61 pfeile wo ich insgesamt wenn meine stärker sind auch nicht mehr so die besten wir müssen mal wieder zu einer werkbank ja dann hier vorne müsste ja recht safe sein ja hat denn am besten irgendwie oben halten ja das zu dir regeneriert sich das echte lahm was auch hier ist auch da vorne ist das viel schon naja schon hat gesehen hier ist auch gerade brain technisch ein bisschen was passiert naja das ist schon anscheinend ein wohl ein hund aber den krieg ich doch mehr kumpel bist du oben gestorben oder unten bin ich gestorben da müsste also beide fackeln nicht weit weg voneinander liegen wir machen ja nachher wieder zusammen so aber ich kann ja schleichen was ist deine auf jeden fall ja ich hab deine ach so ok 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 super das thema ich habe einen platz mehr für alles ok musste drei dinge liegen lassen unter anderem gar ja wenn die regel nachher genau genau so warte mal ab nach oben da bin ich eine leere truhe wo ist denn jetzt die alte hin ja die alte zippe alte zippe genau wo ist sie hin ja jedenfalls sind hier hinten noch im hauchen gegner von wenigstens ein pullen das war wenigstens sie nach und nach uns ziehen scheinbar geht das nicht weil ich kann hier keinen sehen von denen auf damit man stelle ich an den rand mehr nicht da hinten steht nämlich einer das ist doch schon mal gut ja woher kommen die pfeile von hinten kommen die pfeile so und schuss das war es einer weniger und ja genau auch hier ist die alte da oben drin ja oh gott ja ich sehe schon der balken da hinten krass oder manche sogar hier ja ich weiß schon mal hier ich kann von hier aus buch rufen die ruft wölfe hunde ja komischen horn alles klar und der zeigte ich habe es ja auch nicht gepult ja das ist auch nicht cool das glaube ich aber ich stehe hier geschützt nach ruhig ich habe nicht mal viel pfeiler 5 4 3 und 0 und hunde am start sehr gut zwei sogar ich kündige man sollte laufen und nicht hier rumeiern dämliche teil also wenn das hast raus aber ich habe nämlich nichts mehr doch weil ich hätte ich hätte noch einen start gehabt hier war dann jetzt noch nee fast gar nicht mehr tatsächlich ich meine die alten das meine ich ja fast gar nicht mehr ach so ok 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 wieder tot halt doch mal den schild hoch jungen ok sie ist tot sehr gut ich bin tot ich habe mich gerade vertan in blocken und schlagen aber ja genau da ist ja schon ich habe dich gerecht aber du hast gut vorgearbeitet ja das hat dringer und paar treffer waren echt gut wieder dankeschön ja so kontaktieren mit einem pfeil mit 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 uns wer so ich habe ich keine munition mehr müssten also langsam wir müssen nach hause ja dann erst mal jedenfalls und voller holzbogen knickt ja dein inventar ist voll war ja genau ich habe vom bogen kein platz mehr aber knochen gibt es hier und hier ist noch fällen und es gibt leselstoff und es immer truhe ist sich ein stich dreißig bereich station ja 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 auf jeden fall ein epischer boden weil es ja ok epischer boden schon mal sehr gut ja krass ich habe mir helfen gefunden der ist deutlich besser war nicht so aus aber er ist besser man sieht seine fresse jetzt wieder hier füllen tiefe ohne nicht schlafen aufstehen mein gott dem ich jetzt ging ich will noch hier den restlichen star was das denn da hinten für ihn dann gerät in einem stein rum ist verwirrt aber ich habe keine sind wir sind auch noch gegner aber die sind interessant okay wir sollten trotzdem auch da bist du ja schon wieder am kämpfen nach hause gehen hier ist noch eine truhe die würde ich noch gerne einen platz da ist auch hier aber noch zwei mal platz du kannst mir gar mal den bogen schenken weil ich habe noch mal platz jetzt wieder haben wir hier guck mal weil wir hier so ring gebunden haben ja 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 warte mal dann schenke ich dir das rucksack oder oben ist ein vuka besser wird nicht nicht zerlegen und zwar holzbogen so ja das ist aber glaube ich ja den habe ich dann ja genau ist dasselbe wie vorhin okay kein problem da waren so eine dynamit besser unterstanden gegner ja sowas mag ich ja so was ist mein ding das stimmt das ist echt super macht wirklich spaß in jedem spiel dann ist er hier erst mal nicht loch eingefallen das entstanden ist ein leiter was das geht hier das war ein hund ein verrückter hund okay wo sind sie was passiert und ihnen alle 20 alle tun gut ja wenn sie möchten meine schwerter sind beide rot dann würde ich sagen ab nach hause es wird auch schon wieder nach genau da ist es das denn hier film im back back einfach ach da sind sie ja ja hier bin ich ja dann lass uns porten genau geil die karte schon echt weit aufgedeckt ja und vor allem viele symbole so viel zu tun da ist auch ja ich habe gerade ein bild bekommen von einer auch die d ach ja sehr schön ist fertig ja ne ne ach so aber aber sie hat jetzt die zeit genutzt ja sehr cool siehst du wir haben die gerberei stationen ja genau die hast du eingesammelt helden hast du bei der jägerin musst du die abgeben das ist eine quest wo ist sie hier rein doch richtig ich bin ja ich werde das mal reparieren so ich musste platzien wahrscheinlich das ding ein moment weil da kann ich mich nieder herstellen das sieht doch schön aus so junge und zwar hilfe 20 mal sein ammoniak grüße segne ja das reicht schon ich bin schon bedient ich habe schon keinen bock mehr krass so ach meine schmerz warst du schon immer alle reparieren ich war dran ich habe es schon gleich gemacht wir müssen mal wieder zur salzmine gehen lass das mal am besten demnächst machen aber wo ist die harmoniak ja nicht gesehen das ist die nächste sache die drüsen wissen naja jetzt drüsen ist nicht so dingen genau warte mal den bogen aufwerten gucken was das bringt hier ist dieser plünderer mutter kopf ich glaube du hast meine ganzen runen gesammelt ich bräuchte mal runen auf jeden fall habe ich kann den bogen hat ja 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 ruhig die hälfte davon ist mir egal dann kann man ja doch so 25 der macht 61 schaden ja ich werde mal den bogen benutzen wir hatten noch drei schadenspunkte mehr aber ist nur episch nicht legendär mal sehen ja mal probieren genau da sieht er nämlich so ausleuchtet nicht mehr aber ist egal ich habe hier auch deinem minzpilz fleischdinger die manche vorne mit drin packt ihr damit rein genau weil ich die erste ja genau wir haben sowieso noch keinen also kann ich den zerlegen der reich ja nur einmal den anderen lege ich hier ab sicherheitshalber so vorher haben wir ein haufen ja ist wieder echt übel viel kam wirklich also du bist einmal und da habe ich dir ja schon mal gesagt weil du bist einmal unterwegs kommst wieder ist komplett voll ja ja genau dann legen wir erst mal ab so weit ja dann guck mal was geile brauche ja gut leder haben wir ja gesehen deswegen salzmine und das andere zeugs tja ammoniak also das ist ja überhaupt nicht cool nicht also das hört sich auch nicht gut an überhaupt nicht sitzen handschuhe was habe ich für handschuhe dabei eigentlich ja das waren die ritterhandschuhe warst du noch auf der suche nach knochen ja knochen und generell eingebäude auch generell gut die handschuhe die mir gegeben hast die werde ich zerlegen weil ich habe meinen die ich jetzt habe die also die jägerhandschuhe nämlich skillshot schaden und die anderen machen nachkampf schaden das ist mir nicht so viel aber trotzdem danke gegen was sie ja schon sagst du ja ich habe die an sogar okay ja ja so dann ist der wirbelbrecher noch eine frage wucht schaden stich schaden stich schaden aber das ist eine zweihand waffe glaube ich und zwar ja da finde ich auch also wie nicht so gern lieber mit dem schild noch mit in der hand ja deswegen zerlegt das ding jetzt auch aber kann es mal gucken wir gehen mal zum zum schmied und sieht mal da was der für schilder hat das stimmt ich bin der meinung dass du doch deutlich besser ist als das ding so zeigt man ja auch sogar 8 hier spektral schild magische das sind die armreifen auch ich verstehe recken schild hellen schild und aufsteigen der kämpfer schild ja die recke ist er als der held steuerlich ja 11 block parierkraft maximal haltbarkeit und mein schild mein gott so hier ja der hat lebenspunkt 25 ok sie ist dann mit dem schild zusammen habe ich lebenspunkte mehr ok er hat aber sieben block kraft das stimmt aber hat lebenspunkte mehr ich würde ihn behalten erstmal so lange wenn ich das finden naja dann ach so knochen knochen war für die knochen blöcke das war es genau knochen käme ich dir gern ja gerne wenn du hast dann nämlich die alle 54 da kann ich ein bisschen was machen was fehlt noch für den knochen block war dann war man denn wo haben wir hier oben gar nichts fehlt mehr gut dann kann ich morgen das feld ist weiter bauen so die wir jetzt mal schlafen ich muss noch kurz afk gehen ok also bis gleich